ja hallo freunde und willkommen zu einem neuen let's play mir das gameplay ja und hier sind wir beim star wars tor republic und hier spielen mit noxiam weiter in unserem projekt new life und auf dem neuen server so eigentlich müsste ich ja hier ja wir werden heute in dieser folge alt finden und die werden auch diese power batterien da hochladen so so zack da der eine sagt der zweite so ja ja so so dann laden wir die batterien so ja 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 so so ich habe das ein bisschen schneller gemacht und wir gehen hier rein und werden kalt sprechen so so tot ist er so ihr seht schon hier bei dem hier da muss ich ja schon zurückkehren so dann werden wir mit ich halt reden so Wir können uns sprechen. Danke, danke, danke. Du musst mich nicht töten. Ich gehe einfach mit meiner Frau. Ich lasse den Planeten. Ich werde Fathra-Konten zerstören, bevor ich gehen. Die Finanzen von Fathra-Konten machen Nemro so glücklich, dass er mir nicht interessiert, was mir passiert. Das funktioniert für mich. Wir beginnen. So, er löscht ja die... Das Geld von Fathra. So. Nee, du bist so vertrauensselig. So. So. Da wir das schon geschafft haben, ne? Wie ihr gerade gesehen habt. Ja, ich habe Jals Kopf abgeschnitten. So. Wir gehen wieder raus. So. So. Wir werden dann mit Rant sprechen. So. Ja. Ja. Mein Vergnügen. So. Ja, ich habe böse Punkte gekriegt. Ich bin ein böser junger Bad Guy. Ja. Und da müssen wir mit Jals Frau sprechen. Na, wir nehmen den Taxi mal wieder. Ja. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Halt die Klappe. So. Ja. Und das funktioniert nicht. Jägers Segen, ne? Ja. Das funktioniert nicht, wenn wir im Fahrzeug sitzen. So. Ja, ja. So. Und ich denke mal, wenn wir das gemacht haben, 6000 Punkte, ja, dann haben wir schon Level. Ja. Machst du jetzt. Ja. Dann haben wir schon Level 9 erreicht. Dann gehen wir mal zu Jals Frau und wir werden hier sprechen. Wir werden hier eine schöne Überraschung bescheren. Die wird sicherlich sehr happy sein. Ja. Ja. Wollen wir mal sehen, was die sagt. Hallo. Ich habe eine Überraschung für dich. Hallo. Kann ich helfen? Was ist das? Jals! Das, was du denkst. Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Willst du es nicht haben? Ja. Ja, da streit die Jals Frau rum. Den können wir nicht mehr haben. Sollen wir auch damit. So. Dann gehen wir zu Nemro. Nemro. Da hat. Ja. So. Wir haben ein kleines Zwischenfall. Ich werde bis 3 zählen, wenn du nicht verschwindest. Ich werde gleich zählen. 1. 2. 3. 4. 5. 5. na 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 so ein mann 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 die hat mir aber ordentlich zugesetzt ja ich bin ja schon level 8 aber ich habe nicht die fähigkeit für level 8 weil ich warte jetzt bis ich mit nemro spreche ja und da werden wir noch mehr erfahrungspunkte kriegen so die sprung das ist mein die in the great hunt nemro doopi oopi doopi oopi doopi oopi die hier vertraue ich sowieso nicht fette schnecke so ja hitze ne sowas so wir nehmen das natürlich an und wir sind schon level 9 na speak to juda so 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 wir akzeptieren natürlich ich guck mir mal an was wir gekriegt haben ja so 912 und 74 ja wir gehen erstmal zu sinni na ihr seht schon wir sind level 9 und ja am anfang des level 9 und wir werden gleich wenn wir level 10 erreicht haben da werden wir ja ja das vermächeln so nein das vermächeln schalten wir frei wenn ihr die story hier auf footer abgeschlossen haben so ich gehe zu sinni und hole mir so 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 dann haben wir das mal schon erledigt ja ja nur noch eine stufe so beim nächsten mal kümmern wir uns um den hausputz bei nemo ja und bis dahin freunde ich wünsche euch einen schönen tag ich bin auch da wir auf das gameplay das ist mein neues projekt new life hier in star wars the old republic wie ich es genannt habe auf neuen server jackai swart oder schwert auf deutsch ja und bis dahin wünsche ich euch einen schönen tag freunde wir sehen uns demnächst ciao ciao hoch Untertitelung. BR 2018